So, wir sind wieder zurück und gehen weiter. Du hast es gefragt. Ich glaube, wir machen das sensationell. Spektakulär. Ich glaube, wir machen das. Spektakulär. Ich glaube, wir machen das. Sensational. Was ist denn hier? So, du hast ja auch mega gekriegt. Nee, danke. Das lassen wir mal erst. Ich muss hier ein paar andere Prioritäten setzen. Das ist das. Oh ja. Wir haben noch gar nicht den anderen Blitz gemacht. Aber egal. So. Schauen wir doch mal, was wir hier haben. Schickes bekommen haben. Upgrades. Und jetzt? So. So. Einsätze. Achso. Ja. Alles klar. Und ein andermann. Dann ähm. Helden. Helden. Fertigkeit. Oh. Ah. Ups. Wie gesagt. Potenzial. Wir gehen auf den. Ausgleichsplatz. Blub. 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 Wir gehen auf den. In den. Zettel nur. Hm. Okay. War es schon. Du hast es geschafft! Sensational! Kommen durch! All down already? Ohhhh, schön wieder Leute im Morgsen. Morgsen, Morgsen. Du hast es gefragt. Spectacular. Coming through. Sensational. Spectacular. Ja mal ein bisschen. Dann noch ein paar Level. Dann kann ich hier Level 55 mehr kaufen. Ich hoffe ich gar nicht mehr die 4er oder was ich jetzt da habe. Und ich glaube wir machen das. Sensation. Sensation. Ich glaube wir machen das. 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 Ah! Sensational! Spectacular! I guess we're doing this! You asked for it! Sensational! You asked for it! Sensational! I guess we're doing this! Hey! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Ah! 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 Das war's. Das war's. Oh, ich brauch mal ne Abwechslung. So, als Abwechslung, oh, Potential, schick. So, als Abwechslung machen wir jetzt mal hier den. So, Age of Ultron. Den machen wir jetzt mal. Zack, teilnehmen. Start. Man kann man nur Mobs killen, geht ja vom Kopf, ey. Das war's. So, als Abwechslung. 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 Hm? Wo hin? Wo hin? Wo hin? So far she doesn't. So far she doesn't. So far she doesn't. Ich weiß, wir machen das! Ich weiß, wir machen das! So haben wir Age of Ultron auch gemacht. Die Schenkel gibt es hier auch. Das war's wieder mit meiner Kohle. Keine Verwaltung. Aha. So. Hier kann ich was aussuchen. Das ist kein besonderes Item. Schau doch mal hier so ein... Zack. Was ist das extra hier? Dann extrahieren. So. Hm. Jetzt haben wir hier nichts mehr. Das sind einfach Kristalle. So. 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 Ich glaube, wir machen das! Komm schon! Oh, okay. So, ich will aber erstmal gerade was gucken, und zwar Heldvane, da würde ich wahrscheinlich meine neuen Helden hinzufügen können, oder? Ich denke mal im nächsten Video gehe ich mal darauf ein, noch ein paar Helden zu erstellen. Oh! But I love it up! For Summon! What? Du hast für ihn! Du hast für ihn! Oh, die Lieder. Was sagt denn hier die Map an sich? Hier von 45 Nebensquare, da hab ich ja was zu sammeln. Was haben denn hier so freigeschaltet? Mal gucken. Wir haben alle Zonen frei, ganz klar. So, was haben wir an der Westvorlage liegen? Oh. Keine Kohle, tut mir leid. Armer Mensch. So arm. So. Wie weit sind denn die Mitglieder hier? 55. Aha. Okay. Gut. So. Ich gebe mich mal zurück zum Hauptquartier. So. Ich denke mal im nächsten Video werde ich mal noch einen Charakter dazu erstellen. Und dann würde ich sagen, schließe ich das hier erstmal ab und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. bis dahin auf Wiedersehen. Bis dahin auf Wiedersehen.